So, ist this thing on? Wie sieht es aus mit den Audio-Levels? Das sieht gut aus. Herzlich willkommen von der Mac Erfurt. Holy shit, ich kann es immer noch nicht fassen. Ich kann es einfach immer noch nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Kennt ihr den? Kennt ihr den? Das war ein absoluter Schnellschuss. Ich habe mir gedacht, da ich diese Woche Urlaub habe, ey, pass auf, fährst du einfach mal nach Erfurt zur Mac, lernst einfach mal die ganzen Leute von der Cycle kennen. Hey, ho, clean, was geht, mein Dude? Und auf einmal kommt die Inka um die Ecke. Ja, hast du nicht Bock, hast du nicht Bock, hier mal von hier aus zu streamen? Jetzt habe ich zwei Stündchen, glaube ich, Zeit. Ich glaube, im Tweet habe ich geschrieben, dass ich bis 14.30 Uhr streame. Ich glaube, es ist aber tatsächlich nur bis 13.30 Uhr. Scheißegal. Scheißegal. Leute, ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Also ich wette mit euch, es wird keiner hier vorbeikommen. Aber das ist mir egal. Ich habe ja euch. Hi, Gravi. Ich habe hier ein paar fancy Waffenskins. Die müsste ich dann nur noch umdrehen. Werde ich heute im Laufe... Oh, fuck. Jetzt habe ich es runtergeworfen. Werde ich heute im Laufe des Streams, werde ich mal in die Kamera halten. Wer Bock hat, abfotografieren, abscreenshotten. Verkauft das Scheißding und löst es selber ein. Macht, was ihr wollt. Ja, Dude, ich habe eigentlich gar keinen Bock, jetzt zu zocken. Ich sitze hier einfach und werde einfach labern, glaube ich. Fuck my life, ey. Okay. Okay. Ich habe mir jetzt meine Maus und Tastatur mitgebracht, aber das Ganze ist hier so heftig aufge... Also hier ist alles so aufgebaut. Ich habe gar keinen Bock, hier die Maus und Tastatur abzunehmen. Okay, mal gucken. Wenn ich heute faile und die ganze Zeit getötet werde, dann liegt das ausschließlich an der Peripherie. Ist das klar? So. Oh, was geht denn hier ab? Solo-Duo ist ready. Alter, wo ist der Lars? Wo ist der Lars? Lars, die Line. Es ist Duo am Start. Aber eh scheißegal, weil ich habe rausgefunden, die Kollegen haben hier kein Discord drauf installiert. Fuck. Scheißegal. So, auf geht's. Ich habe zwei Stunden Zeit, so viele Leute wie möglich umzulegen. Ähm, ich sehe da hinten in der Jägerbude, das sieht man, ja, das sieht man, wenn ihr unten rechts auf die Kamera guckt, ist das da, ist das so der kleine Stand, wo der, ja, unter dem großen Bildschirm, da sitzen schon haufenweise Noobs. Da sitzen, da sitzen meine nächsten Opfer. Nein. Ich habe voll Bock drauf. Ich habe voll Bock drauf. Zwei Stunden. Alter, wo bist du? Du, Dave, moin erstmal. Ich bin in Erfurt, Mann. Ich bin in Erfurt. Ich bin auf der Mac in Erfurt und, ähm, die Kollegen von Jäger haben mir die Möglichkeit gegeben, aus deren Streaming-Bereich jetzt mal, mich hier mal zwei Stunden mal so richtig auszutoben. Ist das geil, Alter. Ich kann's, ich kann's auch nicht fassen. Ich werde, ich war, äh, bevor ich hier hingegangen bin, erstmal nochmal schön an der Rauchung runterzukommen. Ich habe kaum geschlafen. Ähm, ich bin, tja, wann bin ich ins Bett gegangen? Um elf? Zwölf ungefähr? Und ich konnte einfach nicht pennen. Ich konnte einfach nicht pennen. Und dann hat der Wecker schon um halb fünf geklingelt. Bin dann mit der Mitfahrgelegenheit von Siegburg hierhin gefahren. Dude, ey. Dude. Ja, aber ist egal. Was macht man nicht alles für, äh, ein kleines bisschen Fail. Läuft auf jeden Fall schon mal die Match-Suche hier. Elf und zwanzig. Äh, die Server sind mal wieder komplett ausgelastet hier. Nice Siegburg. Ja, Gravi. Aus Köln wollte keiner hinfahren. Und ich hatte keinen Bock, ein ICE zu nehmen. Das wäre zu, äh, zu teuer gewesen. Aber ich habe heute um knapp halb zwölf abends, habe ich, äh, habe ich den Zug nach Hause genommen. Also bekommen. Richtig, richtig. Ja. Ja. Ultrageil. Ich habe hier alles. Ich habe hier... Jäger M&Ms. Die, aus diesen kleinen Röhrchen hier. Ich glaube, davon genehme ich mal jetzt mal ein, zwei. Wie kam es auf die Idee, da hinzufahren? Ähm, aus Jux und Dallerei. Ich habe ins Community-Discord geschrieben. Ich habe ja Urlaub. Ich habe ins Community-Discord geschrieben, ey, pass auf, ich habe mal Bock, euch kennenzulernen. Äh, ich komme euch mal besuchen. Und dann so, oh, geil. Und dann meinte die Community-Managerin, ey, wenn du Bock hast, kannst du streamen. Von uns aus. Wir haben morgen noch einen Slot frei. Ja. Und so ist eins zu eins zusammengekommen. Da hinten ist so eine kleine Bude. Da habe ich schon, ähm, LeFloid und ein paar Rocket Beans-Leute gesehen. Ich weiß nicht, ob es Rocket Beans-Leute waren. Auf jeden Fall, die haben da irgendwie so ein kleines Studio. Ja. Da hinten gibt es irgendwie Borderlands-Sachen. Da hinten hat Nintendo einen kleinen Stand aufgebaut. Damn. Und dann so ein, so ein, besorgt mal meine Autogramme. Ja, Grabi, wenn ich, wenn ich dazu komme, ja. Die werden wahrscheinlich total, äh, total viel selber zu tun haben. Aber, ich versuche es. Ich habe nachher noch genug Zeit. Ich bin ja den ganzen Tag hier. Hm. Jo, die Match suche läuft ja easy. 9 von 20. Jungs, so kann ich nicht arbeiten. Bringt mir Spieler. Ich brauche Stream-Sniper. Mein Rechner hat sich heute wieder auf dem Weg zurück zu mir gemacht. Ja, geil, Dave. Ich bin im Supporters-Club. Ich darf das, beziehungsweise du. Ja, ich bin aber nicht im Supporters-Club, Grabi. Ich habe mit denen... Ich habe mit denen nicht so wirklich was zu tun. Mit den Bohnen. Aber ich probiere es. Komm, in circa 10 Minuten habe ich gerade noch was zu tun. Clean, mach dir keinen Stress. Mach dir keinen Stress. Wie du siehst, es läuft ja nicht wirklich hier. Ich breche mal ab und ich suche mal neu. Kann doch nicht angehen, ey. Mhm. Das sieht doch schon besser aus. 17 von 20. Jetzt bin ich auf dem richtigen Server gelandet hier. Aber der, der dich schickt, ist es. Ja, kann ja jeder sagen. Kann ich sagen so. Ja, hallo. Ich komme vom, ähm, vom Grabi. Der ist im Supporters-Club, deshalb muss ich jetzt vor hier. Lass mich bitte durch. Okay. Hier, ich brauche mein Autogramm. Grabi, vielleicht kriege ich es da sogar mehr aus dem Autogramm. Ich habe mir was Kleines überlegt, aber mal gucken, ob das klappt. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Mal sehen. Ich kann auch, pass auf, ich schalte einfach mal wieder auf, auf die andere Szene um, bis es hier losgeht. Weil, es ist auch, auf jeden Fall, qualitativ sehr hohes Gameplay hier. Habe ich überhaupt mein richtiges, ach du Scheiße. Ich sehe gerade. Moment, Moment, Moment. Oh nein, 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 nein. Nein, ich habe nicht das richtige Loadout. Oh no, oh no, oh no. Spiel verlassen. Fuck. Okay, sorry, sorry. Ich kann natürlich nicht zocken ohne, ohne mein Schild und ohne meinen Adrenalinstoß, ja. Also, Gott verdammt, ich war kurz davor. Game, wo bist du? Da bist du. So. Die Inka hat hier so schön auf die Tastatur Hotkeys aufgeklebt, wie man von Torque wieder zurückschaltet, etc. Fuck. So, da sollte es denn gehen. So, in die Station. Also, jetzt nochmal. Herstellung. Was will ich herstellen? Ich will mir eine besondere Fähigkeit herstellen. Und zwar, wo ist mein Adrenalinstoß? Äh, hier. Herstellen. Sag einmal hier rein. Moorhorn, nehmt euch ruhig alles, rühmt euch mit, alles was geht. Ja, alles gut. Die Cycle. Von den Kollegen da drüben. Wir haben hier Furries. Ja, Gravi, das wollte ich auch gerade sagen. Ich hab nix gesagt. Hier wird keiner verurteilt. Äh, was ist es eigentlich? Schutzvorrichtung? Knetikbarriere? Goddammit. Ähm. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Im Geh-Uns-Tarnung will ich auch nicht. Ich will die Kinetikbarriere. So, das Ding will ich haben. Zack. So, jetzt kann's losgehen. Solo, oh Gott. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht wieder so lange, ey. Fuck, drei von zwanzig. Dammit. Furries, ne, ich geh nicht mehr. Gravi, pscht. Das ist bestimmt kein Furries. Das ist bestimmt ein Cosplayer einfach nur. Der hat einen, das ist irgendein magischer Dracho und der hat einen Evoli in der Hand. Oh, vier von zwanzig. Okay. Wir haben jetzt schon zehn Minuten im Menü gehangen. Aber das ist okay. Das passt schon. Ich kann damit leben. Ähm. Okay, alles auf zehn. Perfekt. Ich habe meine Flaschette. Mehr brauche ich auch nicht. Könnte vielleicht noch... Ach, ne, 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 ne. Ich brauche nur die Flaschette. Mehr brauche ich gar nicht. Äh, seine Freundin? Welche Freundin meinst du? Kümmern die Mädchen in Schmiko aus. Joa. Joa. Das Evoli. Achso. Ja, genau. Seid nicht so gemein. Heute... Heute bin ich unter einem, ähm... bisschen anderem Vorzeichen live. Da kann ich nicht alles sagen. Match-Suche läuft. Wie lange noch? Okay, wenn das so weitergeht, dann werde ich ungefähr drei Runden heute hinkriegen. Oder zwei. Aber ist okay. Besser als gar nichts. Ich habe auch gehört, dass Interests auch hier nicht so gut sein. Aber Stream sieht soweit ganz in Ordnung aus. Wenn man sich verstellen muss, ist es doof. Ja, ich verstehe mich ja nicht. Dave. Ich bitte dich. Es wird dir trotzdem geflucht. Es wird scheiße erzählt. Alles wie immer. Okay. Paula McFurries. Ja, ist doch cool. Ist doch cool. Ich habe bis jetzt noch keinen kennengelernt. Deshalb kann ich mir da noch nicht wirklich eine Meinung drüber bilden. Jungs, was ist los mit den Servern hier? Squirrel in Bear Europe. Es scheint ein neues Switch-Game zu sein. Die haben da so eine ganz kleine Zock-Ecke. Sieht so ein bisschen aus grafiktechnisch. Wie hier, kennt ihr dieses Untitled Goose-Game, was letztens rausgekommen ist? So, komme online. Ja, komm, Stream snipe mich. Hier ist leider kein Discord drauf installiert oder so. Oder weder Team-Speak noch Discord. Muss aber später los ins Krankenhaus. Was ist los, Gravi? Was ist los mit den Servern, Inka? Ich habe immer noch kein Match gefunden. Solo geht gar nichts gerade. Ich glaube, es geht ganz ruhig. Welche sind die Kinder? Ah. Okay. Clean, komm rein. Wir machen Duo. Los geht's. Duo soll es wohl besser laufen. Zu Max, Frau und Baby. Ach, geil. Ja, grüßt die beiden mal. Grüßt die beiden auf jeden Fall mal. Dude. Weißt du, was das Problem ist, Clean? Weißt du, was das Problem ist? Ich müsste dich hier adden. Ich müsste dich hier... Weil es ist nicht mein Epic-Account. Das ist der Account... Inka, kann ich einen Kollegen adden auf eurem Account? Zum Duo zocken? Geht das? Ja? Cool, dank dir. Okay. Dann muss ich kurz nochmal adden, Clean. Äh, ah, ah, ah. So, ähm, äh, fuck, Freunde. Und hinzufügen. So, wie heißt du nochmal? Bei, äh, ja, ich glaub, Proteus 95, oder? Ja, okay. O-T-O-S-95. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht auf die Enter-Taste drücke, weil die Inka hat die Enter-Taste auf... Ähm, auf Szene umswitchen gelegt. Ist da halb bescheuert. So, ich brech mal ab. Hast du bekommen? Jawoll, einladen. Clean. Lass ein bisschen aufräumen. Es zocken ganz, ganz, ganz viele, die jetzt nie, äh, das Game noch nicht gespielt haben. Ah, Frischfleisch. Frisch. Mother effing Fleisch. Aha, 20 von 20. Easy peasy. So einfach geht das. Okay, Moment. Ist Push-Up Talk eingestellt? Holy shit. Clean. Clean. Ich will rein rassiges Gameplay jetzt von dir sehen. Clean. Okay. Wir haben Minerals, Jagdgebiete, Pilze und Bohrer. Twitchet die Texte. Das ist auf jeden Fall ein Streamer schon am Start. Oh mein Gott. Okay. Ich streame natürlich unter maxstream01. Woopsie-Daisy. Aber bestimmt nur Karl ist, aber das findest du nichts im Solo. Jaja, die ganzen Kollegen da hinten zocken Duo. Also die ganzen Spieler, die da, ähm, die da gerade hinten zocken, hinten am zocken sind. Okay. Dude, hörst du mich? Oh Gott, Ausgabegeräts? Nein, warte mal, warte mal, warte mal. Kraken. Chat. Clean, hörst du mich? Okay, mach mal, ich mach das eine Gebiet, mach du das Dingeln hier. Oh, ich hör dich. Aber nur ganz leise. Scheißegal. Ich konnte natürlich jetzt hier nicht wirklich einstellen. Oh, oh. Die Mausempfindlichkeit ist mir zu hoch. Das wird, Jungs, Jungs, das wird ein riesiger Fail. Ich seh's jetzt schon. Aber ist okay. Passt schon, passt schon, passt schon. Komm los hier, die beiden Jagdgebiete hinten. Oh, wir sind hier. Oh, wir sind hier. Let's go clean. Ich hör doch kurz um. Nee, nee, ist mir zu blöd. Ich hab nicht so lange Zeit, weißt du? Ich hab nur zwei Stunden. Der Clean muss es so machen. Ups. Clean muss so klarkommen. Hauptsache ich hab Spaß. Er braucht keinen Spaß. Oh, sie regelt. Alter, Lars. Was hast du erzählt? Ist wohl du am Start, Mann. Die haben Squats, haben die deaktiviert. Dude, Lars, verurteile mich gar nicht, wenn ich Scheiße spiele. Ich komm mit der Tastatur so riesig. Meine Tastatur ist grad mal ein Drittel davon oder so. So, fünf Euro noch. Clean. Dann ist Flachette-Action am Start. Alter. The fuck? Gefähr. So. Ich mach mir die Jagdgebiete. Ja, die haben vor 20 Minuten umgestellt. Ah, okay. Ich hab auf jeden Fall Solo grad überhaupt nichts gefunden. Weil die ganzen Leute, die hier in der Bude sitzen bei den Kollegen. Bei Jäger. Die zocken alle Duo. Hier den Zweier noch. Clean. Spieler, geradeaus, geradeaus, geradeaus. So. Wird das der erste Kill in Erfurt? Jawoll. Was geht? Was geht, Erfurt? Hi. Hier ist der nächste. Clean, komm her, komm her, komm her. Hier. Clean, warum hast du immer noch eine Pistole? Was ist los mit dir? So, da ist der zweite. Clean, kauf dir eine vernünftige Waffe, Alter. Was ist los mit dir? So, wo ist das Jagdgebiet? Guck mal hier, hier liegt noch ein bisschen was. Okay, jetzt gehen wir zu den Zweier hier. Die ersten zwei Kills. Auswärts. Das ist ein Auswärtsspiel hier. Mädels. Ich erwarte nicht weniger als den ersten Platz, Clean. Einmal rüber. Jungs, wie geht's euch? Ich hab kaum geschlafen. Mein Wecker hat um halb fünf geklingelt und ich bin um vier Uhr aufgestanden und hab mich voll erschrocken. Ich dachte, ich hätte verpennt. Oh, geradeaus, Spieler, 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 geradeaus. Ich komme, ich komme. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, einer ist down, einer ist down. Hier ist der andere, hier ist der andere. Hol dir den, ich grind den anderen. Hast den, hast den, hast den? Alter, hat den nicht, okay. Okay, hat sie zurückgebrochen. Nimm du die Kohle, nimm du die Kohle. So, direkt schon mal ein Zweier-Bounty. Was ist los? So muss das sein. Oh, die haben den, die haben den Tausender hier angefangen. Sollen wir den machen? Ah, ich glaube, das lohnt sich nicht, oder? Könnten wir unter Umständen schaffen, aber die müssten close wieder sein. Hab es fünf gezockt um halb zehn hoch. Alter, was ist los mit dir? Du bist einfach ein Tier, man. Lars, du bist ein Tier. Ja, geil, nimm auf. Heb auf, heb auf. Danke, Jungs, danke, Jungs, für die Mineralien auf jeden Fall. Okay, wir haben 400 Euro, man. Adrenalin ist am Start. Klinetik-Barriere ist auch am Start. Hinter uns, hinter uns, ich werde beschossen. Vorsicht. Die haben noch keine vernünftige Waffe. Hinter mir, hinter mir. Ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus. Glaub nicht, dass ich rauskomme. Scheiße. Hol sie dir, hol sie dir, hol sie dir. Sind beide da, was macht er? Ich glaube, ich muss porten, ich muss porten. Mit dem Lars wäre das nicht passiert, Klin. Mit dem Lars wäre das nicht passiert. Ich komme, ich komme zu dir. Komm zu mir, komm zu mir. Komm zu mir, Dude. Wir holen die beiden. Können die alle dein Gameplay sehen? Äh, weiß ich nicht. Nein, 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 ich sitze hier in der Ecke. Wo sind sie? Wo sind sie? Haben sie mich nicht gesehen? Oh, er muss supporten. Okay. Ich warte auf dich. Komm, 100 Pro gleich hier hin. Scheiße, ich habe kein Schild mehr. Ich muss fix was zu essen. Das Kino fuhr wie immer. Natürlich, Mann. Was denkst du denn? Okay, komm. Wir rächen die. Wir rächen uns. Ansonsten, was wir machen könnten, ist hier vielleicht das Ding holen. Oh, geradeaus, geradeaus. Klin, die sind geradeaus. Hier, irgendwo. Scheiße, ich sehe sie nicht mehr. Ich habe die Schüsse gehört. Hier oben, hier oben. Hier bei mir. Einen habe ich. Der andere ist hier oben. Ich zünde. Ich hole mir den. Hab ihn. Ciao, ciao, Bella. Ciao, Bella. So. Komm hier, machen wir den Vierer. Wuhu, was geht da hinten ab, Mann? Sau laut hier. Ich glaube, ihr hört das gar nicht. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir müssen jetzt mal safe zocken. Bleib du einfach hinten und hol dir die von hinten. Und ich gehe natürlich immer richtig schön Agro rein. Einfach nur reinjumpen, hieß es früher in der Schule. Bei mir. Einfach nur reinjumpen. Immer im Sporthunterricht. Ne, Gabi? Schade, dass es keine Uplinks gibt hier. Okay, hier gibt es Credits. Du, hier liegen irgendwo Credits. Bin ich bescheuert? Hier oben. Hol sie dir. Okay, machen wir den nächsten Vierer da hinten. Ja, ba-da-ba-dü. Safety is removed. Have fun. Da wurden eher andere Dinge gemacht, was? Ach so, ja. Ach, scheiße. Hier, hier, gerade eben. Hier, hier vorne, 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 vorne. Einer down, einer down. Hol dir den ein. Oh, scheiße. Okay, 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 okay. Leute, was ist los mit euch? Okay, da ist der erste richtige. Ach, das ist dein Turm. Okay. Ich bin gar nicht mehr daran gewöhnt, mit jemandem zu spielen, der Türme mitnehmen. So, nach der Runde gibt es den ersten Max-Skin für euch. Ich werde ihn in die Kamera halten. Der, der als erstes einlöst, der hat die Ehre, sich einen schönen Max-Skin leisten zu können. So. Hier hinten geht so ein bisschen Action, hier auch. Ich würde sagen, lass mal hier das Pilzgebiet holen und ein bisschen Pilze machen. Viele leben nicht mehr, die Hälfte ist schon weg. Ist auf jeden Fall gut. Wir haben beide noch Einser-Bounties, also sie sehen uns jetzt erst mal auf der Map, nicht? Ups. Hier holt er das Zeckenvieh, ey. Ja, heißt das Ding denn? Zeckenmeister. Bin ich bescheuert? Dann habe ich gerade Schüsse noch von anderen Spielern gesehen. Oh, geradeaus, geradeaus! Holy shit! Einer down, ich hole den anderen. Wo ist er, wo ist er? Alter, ich sehe gar nichts hier. Scheiße, ich muss raus. Er ist hier hinten. Ich komme von der Seite. Haben ihn getroffen. Osek, treff, was? Oh mein Gott. Clean, 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 clean. Oh, danke dir. Heb mich auf. Es sind halt, ich muss dazu sagen, überhaupt nicht meine Mauseinstellungen. Daran liegt es auf jeden Fall. Nicht, dass ich gerade einfach nicht eingelegt habe. So, lass mal den ganzen Pilz hier aufheben. Und dann gehen wir die direkt ab hier in der Nähe. Clean, das war close. Das soll uns nicht mehr passieren. Muss mal abgeben gehen. Fuck. Shit. Hier geht's hoch. Ich finde das so süß, dass er immer noch mit der, äh, mit der Longshot spielt. Der Clean. Er ist überhaupt nicht Meta. Aber ist okay. Es darf jeder, jeder darf alles spielen, was er will. Ender ist oder halt die Klappe. Nein, Grabi. Muss immer complainen. Clean. Vierer, Bounty close. Vierer, Bounty close. Komm her. Hier hinten irgendwo. Siehst du? Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ich geh rein. Ich zünde. Ich habe ihn nicht getroffen. Fuck, wo ist er? Oh, scheiße. Ich brauche dich hier. Clean, ich brauche dich. Jawohl. Alter. Das ist mein Bodyguard. Es ist mein Bodyguard. Töte ihn, töte ihn. Er ist hier. Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Jawohl. Jawohl. Achtung. Okay, sollte keiner mehr da sein. Hebe mich ruhig auf. Hebe mich auf. Wozu hat man einen Duo-Partner? Genau dafür. Was ist er? Was ist er? Noch ein Spieler oder was? Okay, okay. Ich sehe keinen. Wo ist dein Duo-Mage? Wen haben wir gerade getötet? Ich weiß es nicht. Ähm, was machen wir? Können wir hier noch den Vierer machen? Komm, wenn wir schon auf dem Weg sind, oder? Okay, geradeaus wird er auf jeden Fall geballert. Du, dich hör dich nicht. Du brauchst es so leise, man. Brauchst du gar nicht versuchen. Hier, geradeaus. Oh, ja, ich zünde. Hab ihn. Der andere ist hier. Abball haben beide. Was ist los? Was ist los? Hier unten müsste er irgendwo sein. Hier hinten. So. Kline, es gibt noch ein anderes Team neben uns. Ein einziges nur noch. Komm, lass doch trotzdem Vierer machen da hinten. Gut. Also, mein Ziel ist es, auf jeden Fall, innerhalb der nächsten, naja, knapp noch anderthalb Stunden, jeden Server einfach zu wipen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann will ich ehrenhaft sterben dabei. Viecher sind hier bei mir? Oh, nein, nein, nein. Das wollte ich ihm gar nicht. Komm, verpiss dich. Oh, hat er die Guarantee ausgepackt. Clean. Willst du etwa tryharden, oder was? Was ist los mit dir? Sauber aufgereiht, mein Lieber. Dank dir. Dank dir. Dank dir, Lars. Siehst du, Lars, ich kann auch auf mich selber aufpassen, ja? Ich brauche nicht immer dich. Der Clean ist auch ein guter Partner. So. Hier vorne sind die Viecher. Knapp fünf Minuten, wir sind ganz gut an erster Stelle. Jungs, so stelle ich mir den, so stelle ich mir einen Tag vor. Ich beginne den Tag. So stelle ich mir das vor. Der ist auch nicht gespawnt, der Dicke. Wir können rein theoretisch hier noch das Pilzgebiet machen, wenn du willst. Ich fühle mich jetzt lustig, einen Bodyguard ohne Body zu klaren. Nein. Du bist auch als seelische Unterstützung, bist du, Lars. Ich habe meine beiden Mods da. Den Grabi, den Lars. Ich habe den Clean da. Da haben wir doch gestern festgestellt, dass er, wenn wir TKKG sind, ist Clean. Ich bin, äh, Gaby. Der Lars. Ich bin Tarzan. Du bist Gaby. Der Kautz ist, äh, äh, ist Karl. Und der Lars ist Klößchen. Komm, lass mal hier abgeben gehen. Du weißt, wofür das C bei Clean steht, ne? Für Cross-Dressing. Und ich wette auch, Proteos ist irgendeine Göttin. Clean, du bist auf jeden Fall meine Lieblingsfrau. Das auf jeden Fall. Nach meinen Schwestern und Annika. Den Clip, den der, äh, den der Lars gerade gepostet hat, ist übrigens saulustig. Erinnert nichts daran, dass er ein blöder Spasti ist. Was, Clean? Ich kann dich nicht hören. Du bist so leise. Näh, näh. Ey, wer ballert da? Ach so, dein Turm. WTF. So, komm, ab zur Mitte. So, sollen wir uns ein Auto holen? Komm, holen wir uns ein Moped. Fahren wir mit dem Moped rein. Vielleicht können wir uns noch drei, zwei, drei Leute snacken. Den Philipp oder den Nico-Baum, da hätte ich Lust drauf. Ich kann sie schon riechen. Philipp, ich komme. Ach, shit, ist schon geräumt. Wir sind zu langsam gewesen. Ja, Philipp und der eine Twitch, äh, Twitch-TV-Typ ist noch da. Ich zünde mal, vielleicht kann ich noch jemanden abholen hier. Hier steht auf jeden Fall von Philipp seinen, äh, dem, Philipp seinen Turm noch. Holy shit. Sorry, sorry. Bist du raus? Ja, komm, wir gehen raus. Scheiß drauf. Nein. Du Penner. Da wollte ich raus. Wo seid ihr, Mädels? Scheiße, ich habe jetzt kein Ward dabei. Dann hätte ich gesagt, lass mal schnell ein Ward stellen. Oh mein Gott, ist das viel. Viel Kropzeug hier. Ey, wenn wir jetzt gleich noch gesnackt werden, das glaube ich kaum. Ja, komm, lass rausgehen. Ab dafür. Äh, lol, der Spieler war einfach hinter uns. Blind. Blind. Ach, der steht draußen. Der steht auf dem, äh, lol. Den will ich noch zugucken. Der ist quasi mit dem Bohrer zur Mitte geflogen. Geiles Play auf jeden Fall mal, Textit. Komm, er stirbt da noch? Nein, er stirbt nicht mehr. Okay, na gut. Äh, will ich das Match verlassen? Mal ein paar Sekunden in die Kamera, macht ein Screenshot, ähm, gebt's direkt ein, etc. Und danach geht's weiter. So, los geht's. Gravi, weißt du, warum es so viele Mods hier gibt? Weil ich dumm bin und ich wusste, wie ich denen, ähm, erlauben kann, dass die Links bei mir posten. Deshalb habe ich zwei Mods. Aber ganz ehrlich, der, ähm, Kautz war schon von Anfang an da und der, und der Lars auch. Also, das sind, ähm, ja, das sind auf jeden Fall zwei sehr wichtige Leute. Ja, Gravi, aber du bist trotzdem noch der Wichtigste von denen. Vielleicht entmodde ich die auch, wenn du das willst. Du musst nur Bescheid sagen. So, zweiter Skin. Let's go. Seht ihr was? Ist das richtig rum? Der wird jetzt kaputt gemacht. So, auf geht's. Nächste Runde. Do with the clean. Weiß nicht mal, wo ihr die eingibt. Dude, einfach, ähm, auf der Epic-Seite, wo du auch die Spiele-Codes und sowas eingibst. Sind hübsch, aber will ich nicht. Macht damit, was ihr wollt. Macht damit, was ihr wollt. Ich zwinge hier keinen, irgendwelche, ähm, Skins einzulösen, okay? Noch ein Match, da hab ich ne Kala. Ja, geil, Alter. Geil. Dann ist Kala-Action am Start, oder? So hieß, ähm, ne Freundin vom Gravi mal. Ganz, ganz früher. Gravi, wie alt waren wir da? 17, 16? Mark Teams. Was, was meinst du mit Mark Teams? Achso, in der Lobby. Aha, okay, das sind dann Kollegen, die, äh, die drüben vom Stand sind. Okay. Noch mehr Frischfleisch. Die wurde mit C geschrieben. Stimmt. Das stimmt. Dude. So. Oh, Uplink. Ähm, weißt du, was wir machen? Wir holen uns direkt das Ziel. Das mag der Lars gar nicht, wenn ich das so mache, aber ab dafür. Oh, Gas. Gibt's, Gas gibt's noch auf dem Weg dahin. Okay, diese ganzen Mech-Spieler, die sind natürlich, ähm, gefundenes Fressen für uns clean. Dude, warum ist das Game auf? Ist das Game gerade lauter geworden bei euch? Kann das sein? Oder ist es nur auf meiner Seite so? Müsst ihr direkt Bescheid sagen, ja? Weil, das ist hier nicht mein Setup. Keine Ahnung, was die hier, ähm, wie das hier eingestellt haben. Als ich angefangen habe, ähm, dann hat man überhaupt keinen Game-Sound gehört und ich muss das erstmal richtig einstellen. Inka, 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 was hast du hier nur für eine, äh, Vorbereitung getätigt? Jetzt stell die Maus um. Nein, stell die Maus nicht um. Passt doch, lief doch gerade eben. Außerdem habe ich eine Ausrede, wenn es eben nicht läuft. Und was gibt's? Oh, das Seel ist schon weg. Alter, das Seel ist da oben. Das Seel ist da oben. Ich weiß nicht, willst du es hier holen? Ja, oder? Scheiße. Vielleicht lassen wir das auch erstmal und warten, bis ich die Flaschette habe, oder? Was sagst du? Und das ist eine rhetorische Frage clean. Ich weiß, du kannst mir nicht antworten. Der dashet auf jeden Fall hier rum. Okay, lass mal den 400er machen, dann sollten wir, ähm, 200 Euro haben für... Auf wen schießt du da hinten? Auf wen schießt du da? Du sollst noch nicht engagieren. Cleany Boy. Das Hardeste, die Kids mal um, ist Suggestion. Du sollst noch eine Serie von Mods rein. Die sollten nämlich Kids auf den Kopf stellen und eine einzelne Mieke machen. Okay. Ich habe heute, äh, noch alle Zeit der Welt mal ein bisschen mit den Devs zu labern. Ich will mal alle mal kennenlernen, die hier sind. Hört sich auf jeden Fall an wie, äh, gechillte Dudes. Das sind halt Berliner, ne? Fuck. Aua, aua, aua. New Speed Kit. Wir auch mit dem Boxerkit, ja. Lass uns, lass uns... Ich hole mir die Flaschette und dann gehe ich rein. Los geht's, los geht's, los geht's. Wir haben die Führung verloren? Das kann nicht sein. Der hat auf jeden Fall auch irgendwas Speed Kit-Technisches. Lass uns... Ich gehe mal hier durch. Vielleicht läuft er hier lang. Scheiße, wir hätten... Wir hätten nicht gleichzeitig lang laufen sollen. Okay, er ist hier geradeaus. Hier, hier steht er. Hier steht er. Nein, warte doch, bis ich... Oh, warte doch, bis ich ihn gefüstet habe. Er hat einen Weckrenn-Kit. Er hat einen Weckrenn-Kit. Hier ist der Mate von ihm. Wir haben noch keine Waffe. Jawohl, der andere, der andere jetzt. Scheiße. Haben beide, haben beide. Komm, wir müssen hier los. Ziel mitnehmen und abhauen. Die spawnen hier. Oh, geil, er ist tot. Nice. Hast du es hier? Komm, ab dafür. Zum Uplink. Los geht's. Wer ist extrovertiert? Wer ist extrovertiert? Achso, dass ich die Leute kennenlernen will. Nein, das muss auch mal sein. Ich kann hier einfach hingehen, dankend hier die Einladung annehmen und dann einfach mich nicht vorstellen nachher. Da muss man schön hingehen. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin der Osek. Ich streame euer Spiel. Könnt ihr mir irgendwie Gratisskins geben? So was. So läuft das. Und ich bin der clean und wenn ich was zu sagen haben will, dann muss ich so schreien. Das Ding ist, ihr könnt so relativ einfach einen Boxer hinterher, aber wenn jemand Speakit maßt und hat wenig Ahnung, dann sollte er ihn outplayen. Ach, Quatsch. Alter. Mich und den Lars outplayt keiner, Mann. Keiner. Warranties. Dude, niemand. Nice, gratis. Ich bin ja gerade von dem, der das Speakit entworfen hat, wenn er da ist. Okay. Ich frage ihn. Ich werde ihn fragen. Dude, ich habe hier gerade eben Schüsse gehört und es hat einfach keinen Ablink genommen. Was ist hier los? Könnte meinen, wir sind in einer Noob-Lobby. Oh nein, nein, nein. Oh, Gott sei Dank. Dude, wir können auch direkt danach das Gas nehmen. Was hier an der Seite ist. Und hier oben auch. Alter, wir haben fünf Minuten schon um und noch zwei Sterne. Was ist los mit uns? Das ist nicht Mastern, das ist Paniken. Spieler? Ne. Okay. Nur Roboter. Okay, komm, ich gehe mal das Gas hier unten holen. Wo ist mein Ping? Da hinten ist mein Ping. So, Stufe 2 Flaschette ist atemstarr. Mal rutsch auf den Gegner zu und um ihn dann weg. Karls, wenn wir dich zuerst fisten, dann ist nichts mehr mit Weglaufen. Äh, hier soll noch viel mehr Gas sein. Ich finde irgendwie nichts, bin ich bescheuert. Jetzt gehen wir da hoch. Ich höre ich Schritte. Hier, hier, hier oben, hier oben, hier oben, hier oben. Oh, scheiße. Oh, fuck, 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 fuck. Ich kann gerade nichts machen. Bring ihn um, bring ihn um. Wir sind zu zweit, wir sind zu zweit. Ich muss raus. Okay, das war dumm. Das war, das war richtig schlecht. Clean, komm zu mir. Komm zu mir. Hier oben ist die gleich. Ich brauche die Barriere. Für diesen Scheiß brauche ich die Barriere, Mann. Er ist aber, wenn man den Meister ist, nichts mit fisten, weil du vorher zur Seite jumpst, dann immer, wenn eure Animation startet. Ach. Ach. Siehst nicht, wenn ihr Fist startet. Es muss Glück haben, dass sie den nicht treffen. Und genug Amers triffst du immer. Und Faust hat eine klasse Range, ja. Und die hat eine richtig broken Hitbox. Wollen wir die uns holen? Oder meinst du, die bumsen uns? Was sagst du? Hier oben, hier oben, hier oben. Hier, bei mir, bei mir, bei mir ist noch jemand. Bei mir ist noch jemand. Ja, die kriegen wir. Ich höre noch Pistolen bis jetzt. Alter, steht er mir im Weg, Mann. Oh, scheiße. Hab ihn ein-, zweimal getroffen. Komm auch, das Original. Wie heißt er, das Original? Ah, Ivan Original. Jetzt bist du noch eine Fälschung, Mann. Ich sitze gerade auf dem Klo. Bin ich sicher, wenn wir gerade beschissen sind. Das macht ihr oder ich. Gravi. Du könntest ja durchaus ein bisschen Recht haben. Ich will das Gas da hinten haben. Und hier ist Hockton Seal. Und hier hinten auch. Die nehmen gerade unsere ganzen Refiner. Das Ding ist, wir bräuchten halt noch ein bisschen Kohle. 8 Euro noch. Dann habe ich mein Adrenalin. Und dann kann ich mich schön chasen. Oh, Cycle Spike gleich. Lars, das ist dein Lieblingsgebiet, oder? Cycle Spike. Schön da ballern. Rumballern. Money, money, make them. Gut, ich brauche 8 Euro noch. Die gehen auf jeden Fall hier Richtung Cycle Spike. Hier wird eingenommen. Hm. Okay, was machen wir? Was machen wir? Komm, wir holen uns erstmal unser Gas jetzt wieder. Weißt du? Ich glaube, das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Ohne Gas geht gar nichts. Die fighten sich hier. Das sind mindestens zwei Teams. Hier ist noch ein Team. Und wir warten einfach mal. Wir gehen dann gleich in 40 Sekunden zum Cycle Spike. Und dann gucken wir mal, was abgeht. Ja, schön in Spikes fighten. Dümmer geht nicht. Alter, es macht so Bock, in Spikes zu fighten. Es ist wie ein bisschen wie früher bei Takeshi's Castle. Von jeder Seite kann irgendwas kommen. Und nicht einfach natzen. Das ist geil. Das macht Bock. 25 Sekunden. Wir könnten hier abstauben gehen. Dude, wir könnten hier abstauben gehen. Was übrig ist. Ich brauche aber immer noch meine 8 Euro, ey. Komm, lass uns hier kurz die Monster machen. Hier vorne. Hier die Monster machen. Dann holen wir uns hier hinten noch das Siel. Und dann machen wir ein bisschen Aktion. Was gibt's da, was gibt's da? Achso, Siel. Ja, ja, klar. Cycle Spike ist schon ready. Lebt noch irgendjemand? Ja, klar. Läuft noch. Läuft noch. Hi. Nimm du das mal. Nimm du mal das Siel, weil du stehst eh hinten. Und snipest. Und dann gehen wir hier hinten zum Roten. Scheiße. Kommt viel zu spät, man. 90 Sekunden noch. Das schaffen wir niemals. Upsi Daisy. Okay, 70 Sekunden noch. Wir müssen um diesen scheiß Berg hier rum. Können durch die Mitte gehen. Durch die Mitte gehen und versuchen, den Typen von hinten zu snacken. Auf wen schießt er da? Absurse Mittel. What the fuck? Alter, da hat sich irgendwas geöffnet. Ich vermisse meinen eigenen PC. Nein, jetzt gerade gar nicht. Scheiße, 30 Sekunden noch. Hier vorne, vorne bei einer. Hier oben, oder? Hier irgendwo? Alter, hier ist schon alles weggeräumt. Hier vorne, geradeaus, geradeaus, Indy. Hier hinten? Ist der Turm von dem einen? Alter. Geh mir nicht auf den Sack, Mann. Scheiße, hat sich gelohnt. Hier, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ist der Moneymaker-Typ. Fuck. Oh nein. Oh, Sek macht keinen Scheiß. Fuck, ich muss nachladen. Einen habe ich. Der andere ist hier bei mir. Ah, wie schlecht. Oh mein Gott. Er ist hier. Er ist hier. Hier hinten. Hier hinten. Hier unten, 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 unten. Zu deinen Linken. Hol ihn dir. Hol ihn dir. Oh mein Gott, nein. Fucking hell. Clean. Clean, ich kann so nicht arbeiten. F im Chat. Das war so schlecht. Okay, pass auf. Ich muss tatsächlich mal. Das Mauspad. Okay, okay. Ich will es jetzt echt nicht aufs Mauspad schieben. Warte mal, Moment. Holy shit. Mausempfindlichkeit. Zielerfassungsempfindlichkeit. Mach das alles mal bitte ein bisschen tiefer. Wir haben es natürlich auch klug gemacht und das Mauspad hier auf so eine bewegliche, auf so eine Tischdecke gelegt. Das heißt, wenn du dann ein bisschen ruderst. Naja, scheißegal. So. Zack. Übernehmen. Clean. Nächste Runde wird unsere Runde. Wir müssen am Aim bearbeiten. Heftig. Alter. Lars, du weißt eigentlich ganz genau, mein Aim ist schlecht. Schlecht. Aber nicht ganz so Grütze wie jetzt gerade eben. Keine Entschuldigung. Ups. Ach, wenn wir schon mal dabei sind. Komm. Ich schalte hier nochmal so ein Ding in den Reihen. Wer Bock hat. Wer Bock hat. So. Da in einem ist immer ein Point. Ich weiß. Ja, ja. Genau. Verdammt. Und ich dachte, in unserer Lobby wäre was zu holen. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war zweimal das gleiche Team, an dem wir verreckt sind. Clean. Also. Da waren sie einfach mal einfach besser. Was sagt mein Movebox? Okay. Erfurt ist relativ klein. Ich hatte mir gedacht, irgendwie, die Stadt ist relativ groß. Aber doch ziemlich klein. Ich war irgendwie so mitten auf dem Land und bin da in den Bus eingestiegen und sah aus wie, keine Ahnung, bei mir zu Hause, wo ich aufgewachsen bin, da in Neunkirchen, Much und die Gegend, so weißt du, überall Kuhweiden, etc. Und drei Minuten später waren wir auf einmal in der Innenstadt. Also das ist übertrieben gesagt, aber jetzt nochmal so fünf Minuten später irgendwie. War schon, war schon strange. Aber sah ganz, ganz nice aus hier. Ich hätte easy genaht, ja, Lars. Ich weiß. Cycle hat mich gekickt. Warte mal. Bin ich nicht? Mit dir im Team? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich geh zurück, ich geh zurück. Lars ist im Match und ich bin alleine. Uh-uh, uh-uh, nope, 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 nope. Komm mal wieder rein, komm mal wieder rein. Komm mal wieder rein, clean. Das war mir zu haarig, gerade. Ich weiß ganz genau, was der Lars mit uns anstellen würde. Er würde uns einfach beide vorbeugen. Ja, und alles Weitere wisst ihr ja. Erstmal hier nochmal ein paar Jäger-M&Ms. Scheiße, welches habe ich jetzt aufgemacht? Das hier? Ich glaube das. Du bist online, aber nicht im Spiel. Der Kollege neben mir zockt Overwatch. Und der, hier sind mal so drei Streaming-Bereiche. Und der ganz hinten, scheiße, sehe ich leider nicht. Er macht, glaube ich, AAL. Er hat auf jeden Fall kein Gameplay. Jung. Was ist los mit deinem Holz-PC? Komm, clean, mach voran. Das ist alles kostbare Zeit hier. Kostbare Zeit. Drei Sekunden, okay. Ach, wie geht's euch? Ich bin so übermüdet. Ich muss heute bis 23.30 Uhr oder so warten. Dann fahre ich vom Hauptbahnhof wieder zurück. Und ich bin dann um 6 Uhr in Köln. Und dann habe ich, ja, 24, ja, 26 Stunden nicht geschlafen. Im Auto, auf dem Weg hierhin, habe ich auch nicht wirklich gepennt. So, Frage ist, was ist die Mac? Das ist eine Messe für Games, Cosplay, YouTube, bla, für alles Mögliche. So, wie ich es verstanden habe. Und so, wie ich es hier auf den Plakaten immer gelesen habe. Es gibt irgendwie immer so thematische Hallen. Ich bin jetzt hier in der Games-Halle quasi. Oh, da ist er. Da ist er, ja. So. Sind da heiße Cosplayerinnen? Ähm, ich habe bis jetzt noch keine gesehen, ne. Ich glaube, da müsste ich in die Cosplay-Halle. Aber ich werde heute auf jeden Fall, ähm, ein paar Fotos machen. Und, ja, die dann bei Twitter posten. Gucken, was so am Start ist hier. Soll ich euch mal einen Hot-Take geben? Ich finde Cosplay, ähm, wenn Frauen so cosplayen, finde ich es gar nicht mal so, ich finde es gar nicht mal so, so, so heiß. Also, keine Ahnung. Klar, wenn die jetzt so oder so gut aussieht, ist okay. Aber ich finde jetzt, äh, wenn die sich jetzt irgendwie anzieht, wie, keine Ahnung, eine Spielfigur, so, finde ich das jetzt nicht heißer, irgendwie. Ich finde es geil, je nachdem, was die cosplayen, ja. Je nachdem, was. Weißt du, was ich am geilsten finden würde? Wenn die Lars cosplayen würden. Das wäre geil. Clean, was ist mit deiner Cosplay, äh, mit deinem Cosplay, äh, mit deiner Cosplay-Karriere? Wayne's World, boing, boing, boing. So, es geht los. So. Bam, 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 bam. So. Immer Osiris, immer Osiris. Okay. Konzentration. Wir haben einmal eine Bude. Und das war's. Alles andere sind normale Spieler. Okay, okay, okay. Ich cosplay jemanden, der dich leiden kann. Ultraschweres Cosplay. Muss man lange, lange viel üben. Was gibt's da? Oder hingepinkt. Ich seh den Pink nicht, bin ich bescheuert? Achso. Ah, ja, ja, okay. Das ist da direkt hin. Oder die Power-Up-Station machen links. Mir ist egal. Okay. Ich folge dir, Cleen. Du bist jetzt mein Lars heute. Beziehungsweise, ganz ehrlich, Lars, wenn du fertig bist mit der Runde, dann fang mal keine Runde, äh, keine neue Runde an. Dann, äh, es muss auch ein bisschen Abwechslung nachher. Dann will ich einen Partner tauschen. Ich will mal eine Runde mit dem Lars danach zocken. Cleen, ist das okay für dich? Wenn, wenn, wenn nein, ist mir scheißegal, Alter. Ich bin ein freier Mann. Ich hab auch Rechte. Oh, Goddammit. So, schnapp du dir mal das Seel und ich fang mal an, hier die Drohnen zu machen. Spring über den Kran. So, über den Bagger. Aber kein Kran, über den Bagger. Bist schon ein Viecher. Ey, wo bist du? Da hin. Oh mein Gott. Ey, 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 ey. Stop that, holy shit. Was macht das Riesenvieh hier? Äh, okay. Wollt grad sagen, wer schießt von da oben? So. Blaschette ist am Start. Willst du's machen? Willst du's machen? Okay. Hier hinten ist schon Party und hier hinten läuft ein Seel. Alter, die Motte klebt da irgendwo mitten im Gang fest. Ich treff die natürlich von hier aus nicht. Komm mal von hinten. Alter, was ist los mit dir? Wie? Okay, warte mal. Äh, wir könnten so langsam hier... Oh, war das ein Zeibchen? Wir könnten so langsam hier losgehen. Sollte jetzt passen. Wenn wir das viel gemacht haben, dann können wir weiter. Können wir ein bisschen PvP-Action machen. Wie wär's damit, ne? Hört sich das gut an? Ähm, wir könnten uns versuchen, das Ding nachzuholen. Ja, komm, hier hin. Hier hin. Obwohl... Moment, Moment, Moment. Kriegen wir 150 Euro noch zusammen? Scheiße, ich glaub nicht. Dann lass doch hier die Power-Up-Station machen hier unten. Oh, Alter, easy. Easy, easy, easy. Okay, die eine Power-Up-Station noch. Und dann ein bisschen PvP. Oh, Schüsse, Schüsse, Schüsse. Schüsse sind hier irgendwo. Ich weiß nicht, ob du das warst. Sorry. Oh, Gott, nein. Roger, rogers. Ist da ein Spieler? Oh, ja. Oder? Oder? Oh, ja, ja. Ja, ja, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme von links. Äh, von rechts. Ich komme von links. Nicht so, nicht so, nicht so. Hier. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Junge hat der gefressen. Alter, hier ist noch einer. Bin ich beheult? Hier ist noch einer clean. Okay, hier war noch einer. Dammit. Boah, Alter, war ich blind gerade eben. Hast du den anderen, äh, hat der andere sich geportet? Ich glaube, ja, ne? Äh, lassen wir die Station noch abpowern, bitte. Wenn wir gerade hier sind. Und das jetzt deal fallen lassen. Mein lieber Clean-E-Line. Das, war das seine Waffe? Oh, come on, Alter. Sind hier viele Viecher. Alter, das Clean hat schon... Clean, hast du das Seel? Clean. Bin ich bescheuert? Hat er das Seel oder nicht? Ja, er hat's. Er hat's. Er hat's. Alles gut. Okay, ähm, was machen wir? Hier lang? Hier lang? Komm, lass mal hier weiter hochgehen. Hier wird gerade hochgefahren. Was ist da? Was ist da? Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Clean, du bist meine Ohren... In meine Augen. Ich sehe nichts. PvP? PvP-Action? Okay, lass hier hin. Lass zum anderen Seel. Lass uns zweite Seel holen. Komm. Das ist doch mal ein Plan. Oh oh, wisst ihr, wer hier auch mit drin ist? Mad fucking tracks. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Clean, wir werden sterben. Da sind die beiden wahrscheinlich. Und die wissen auch, wo wir sind. Okay. Wie wäre es, wenn wir einen Nicht-Angriffspakt machen? Jungs. Clean, wir sind tot. Oh, hol ihn dir. Hol ihn dir. Über mir. Alter, das gibt's doch gar nicht. Du kannst durchschießen. Du kannst durchschießen. Es war knapp. Es war gesaugt knapp. Hier, 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 hier. Lass, das war so knapp. Clean, das bringt nichts. Es ist in einer Sekunde schon fertig. Oh, hier sind noch welche. Hier sind doch noch welche. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ja, einer ist down. Wo ist der zweite? Wo ist der zweite? Wo ist der zweite? Oh Gott, ich sehe ihn nicht. Hier. Okay. Okay, so. Solange es nicht Klaus... Ja, Klaus. Solange es nicht Klaus und Lars sind. Klaus! Kauz und Lars. Hier sind die beiden übrigens. Wollen wir denen aus dem Weg gehen? Ich glaube, ja, oder? Snipern aber nicht. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, das war Lucky Glass. Die wollen sich das Rote bestimmt gleich holen. Die sagen, die snipen nicht. Wollen wir die trotzdem holen? Ich glaube denen nicht. Ich glaube denen beiden nicht. Kriegen die sowieso nicht, oder? Kriegen wir die? Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck. Okay, komm, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Wir holen die, wir holen die. Klaus, 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 Klaus. Nein, wir gehen nicht zu euch. Geht weg, dreht euch um. Ach, scheiße. Okay, ich zünde. Ich zünde. Hier ist der Lars. Oh mein Gott. Okay. Wo ist er? Hier oben. So. Easy, scheiße. Ich habe jetzt die ganze Kohle genommen. Ich hätte hier was abgeben können. Hier ist noch einer. Geradeaus, geradeaus. Pass auf. Vierer Bounty. Scheiße, ich sehe ihn nicht. Ah, ich sehe hinterm Berg. Bei mir, bei mir, bei mir. Hol ihn dir, hol ihn dir. Hol ihn dir. Hol ihn dir. Vorsicht, unten ist noch einer. Hol ihn dir. Oh mein Gott, schieß doch einfach mit der scheiß Kala drauf. Alles gut, alles gut, alles gut. Fight ihn, fight ihn ruhig. Ich bin in fünf Sekunden wieder da. Fight ihn, fight ihn. Komm von links. Er müsste von hier unten umgekommen. Macht dich bereit. Schön, schön. Er ist hier oben. Hier, 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 hier. Noch hat er mich nicht gesehen. Jetzt hat er mich gesehen. Oh mein Gott. Ich hatte doch die Barriere offen. Er ist hier bei mir. Er ist hier bei mir. Er ist bei mir. Schieß durch. Oh, geil. Hipp. Ja, hol dir erstmal die Kohle. Alles gut. Jetzt müssen wir nur noch auf, ähm, müssen wir nur noch auf Lars und Kautz jetzt aufpassen. Wollen wir den Cycle Spike machen oder scheiß drauf? Warte mal, ich hol mir, ich hol mir jetzt einen Seel. Ich hol mir einen Seel. Und dann lassen wir einfach weg vom Cycle Spike gehen. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir überleben. Oder? Oder ist auch ein Cycle Spike? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Das Ding ist halt, die können uns halt jetzt einfach wegfisten. Wir müssen echt aufpassen. Okay, wo will er hin? Wir müssen noch acht Minuten überleben, Mann. Ach, scheiß drauf. Lass uns hier, lass uns hier lang gehen. Hier zum Cycle Spike, komm. Halt auf jeden Fall die Augen auf nach, nach, nach dem Lars. Der weiß nämlich, wie man sich ansneakt, der kleine Süße. Geradeaus wird gefaltet. Ja, okay, ich sehe es ja, ich sehe es ja. Chill. Holy fuck. Ich komme da nicht hin, ich komme da nicht hin. Ich bin bei ihm. Scheiße. Oh Gott, ich habe nichts mehr. Ich muss raus. Ich muss raus. Das ist so close. Oh mein Gott. Lauf, Osek. Lauf, 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 lauf. Nein, nein. Ich habe gefehlt. WP, WP, Leute. Komm, überlebt das noch. Hau ab. Hau ab, clean. Da unten ist er, unten, 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 unten. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh mein Gott. Hau einfach ab. Die werden dich jetzt jagen, clean, Alter. Die werden dich jagen. Gucken wir uns noch schön cleans tot an, würde ich sagen. Alter, wann hatte ich zuletzt mal ein Razer-Headset auf dem Kopf, ey. Voll. Brudi. Oh. Kauts, bring, kauts um. Nein, nein, nein. Mit der Kala. Nein, nein, nein. Das dauert zu lange. Mit der Kala. Das dauert zu lange. Oh Gott, clean. Oh, er hat es doch geschafft. Er hat es geschafft. Der Mistkerl. Wer war... Lars ist auch tot? The fuck? Dude, wir kommen raus. Wir kommen raus. Lucky, dass ihr nur gerannt seid. Alter, hast du gesehen, wie viel Leben ich hatte? Es waren fünf Leben maximal. Fünf live. Dude, clean, du kommst raus. Du kommst raus. Alter, was ist los mit dir? Das ist unfassbar. Cleared mich, ich kippe, ich habe nur Waffe. Ja, ja, Lars. Ey, clean. Du bist der MVP. Auf jeden Fall. Ach, Mädels. Ach, Mädels, ey. Ist das geil. Ist das ein geiler Tag. Fliegen und mit der Kader ballern. Aber vorne bitte wegrennen. Fick dich. Wir waren einfach besser. Wir waren einfach besser. Einmal hätte ich dich fast genutzt. Das zweite Mal habe ich dich genutzt. Okay, beim dritten Mal, muss ich sagen, das dritte Mal lasse ich dir. Aber, ey, wenn du nicht da bist und mich bodyguards, ich habe hier meinen Bodyguard. Okay, er hat mich nicht beschützt. Aber wenn er jetzt rausgeht, ist alles easy. Clean. Warum höre ich kein Sound mehr? Oh, oh. Oh, oh. Schieß mal, clean. Ballhammer. Scheiße. Kein Sound ist da. Hört ihr noch Sound? Doch, Desktop-Audio hört man noch. Aber bei mir nicht mehr, komischerweise. Habe ich es gemutet? Nein, das passt. Oh, oh. Oh, oh. Habe ich hier irgendeine Taste gedrückt? Oh mein Gott. Scheiße. Fucking hell. Also, ihr hört noch Game Sound, ja? Warum höre ich keinen Game Sound? Hm. Oh, oh. I'm lost. Inka! Nein, komm her! Rette mich! Vielleicht muss ich gleich einfach das Spiel neu starten. Mal gucken. Mal gucken, was geht. Ich höre generell nichts mehr? Warte mal. Das muss ich... Ich höre generell nichts mehr. Habe ich mich ausgestöpselt? Das ist aber strange. Moment, was sagen die Audio-Levels? One, two, one, two, one. One, two. Okay, das sieht gut aus. Strange. Okay, lassen wir uns davon nicht ablenken. Gucken, dass der Clean hier gesund rauskommt und wohlbehalten. Und dann starte ich mal das Spiel neu. Vielleicht ist es einfach noch ein Spiel. Bug oder sowas. Zwei weitere leben noch. Okay, okay, okay. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Geht er raus? Oder will er noch ein bisschen was snacken? Ah, er will das rote Siel natürlich noch haben. Cleverer Bursche. Cleverer Bursche. Clean. Raus mit dir. Ja, sowoll. So. Zurück zur Station. Ja, zurück zur Station. Gut. Erstmal Szene umschalten. Troubleshooten. Troubleshooten. So. Lautstärke-Mixer öffnen. Ich habe tatsächlich keinerlei System-Sounds nirgendwo. Ich höre auch den Stream nicht. Genie-Game. One, 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 one. Eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Beide von den Noobs geholt. Mit der Wu-Wu-Wu-Wa-S-S, mit dem Weglaufen und dann oben im Flug mit der Carla. Alter, muss man auch erstmal können, Mann. Muss man auch erstmal können, Alter. Der Clean hat geregelt. Du willst einfach nur nicht wahrhaben, Lars. So, was mich eher, was mich eher nervt ist, dass ich jetzt gerade hier keinen Sound habe. Hieran nix nicht. Hieran? Nein. Fünf, sechs, sieben, acht. Oh. Eins, 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 eins. Kein Kompressor drin. Sei leise. Ah, der Game müsste es auch nicht sein. Nicht zu laut. So, bin glücklich. So soll das auch sein. So, ich muss jetzt erstmal hier mein, ähm, mein Audio fixen. Ich hoffe, ich muss nicht den PC neu starten dafür. Fucking hell. Äh, Moment. Windows, was ist los mit dir? Er sollte mir rein theoretisch was anzeigen. Es kommt hier nix durch. Ich höre ganz leise etwas. Ganz, ganz leise. Yay. Mach den PC nicht schrotten. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich habe gerade irgendwas gehört. Und wo kam das? Just one, two, three. Yeah, 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 yeah. Oh, my God. Hi. Uh, uh. Uh, uh. 5, 6, 7, 8. Oh. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oh, oh. Kein Kompressor. Ich habe Sound. Ich habe Sound. Er ist leise, aber ich habe ihn. Okay, Moment. Oh, it's high. 5, 6, 7, 8. Okay, sollte passen. Sollte passen. Start das Spiel wieder. Auch wenn es extrem leise ist. So. So. Hat sich bei uns irgendwas anders getan? Bin ich lauter als sonst? Leiser? Nein, nein, nein. Sieht gut aus, ne? So, deshalb Audio werdet ihr mal gleich mal hören. Äh, Lazy Line. Machen wir jetzt ein Duo. Hast du da Bock drauf? Ich glaube, eine Runde geht noch und danach muss ich hier auch langsam den Platz räumen. Aber ganz ehrlich, ich gehe erst, wenn die mir sagen, dass ich gehen soll. Wenn hier quasi der Nächste schon, äh, vor mir steht, hinter mir steht. Hi, ich bin dran. Generals, Huntdown Beasts, Salvage Equipment, the list goes on. There are others like you, but trust them at your own peril. You have 20 minutes before the cycle returns and kills everyone in its path. Fuck you. Wo ist mein, wo ist mein Chat? Hier. Bin mit Kauts gerade drin. Okay, okay, okay. Wie lange braucht ihr noch? Ose, Klein, komm, die beiden sind in der Runde. Okay, 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 clean, okay. Aber nur, weil du es bist. Die sind gerade gestartet, okay. Was passiert da vor dir? Ich weiß es nicht. Äh, sitzen Leute? Warum sieht man jetzt kein Game? Wollt ihr mich ver... Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. 16 von 20. Sind die gerade gestartet? Ist das eine berühmte Streamerin? Äh, wer? Hier sind keine berühmten Streamer. Hier bin nur ich. Oh, doch, die scheint auf jeden Fall hier zuzugehören. Die kommen jetzt hier Backstage. Die wollten ein Foto mit da machen, beziehungsweise haben. Okay, ja, dann wird das mit Sicherheit irgendjemand sein, der ein bisschen bekannter ist vielleicht. Wer weiß. Wer weiß. Okay, diesmal sind wir nicht mit den beiden im Match. Gott sei Dank. Murderous Killer. Hat die Messe eigentlich schon geöffnet für das Gemeindefolg? Ja, ja, ja. Heute, morgen, übermorgen. Der Typ, der neben mir streamt, der ist auf jeden Fall schon wohl ein bisschen bekannter. Der Chat läuft gut schnell bei ihm. Oder ist da einfach so wenig los? Ähm, ich denke mal, weil Freitag ist, oder? Und relativ früh, ich weiß nicht, haben wir irgendwelche Ferien oder sonst irgendwas? Oder ist Brückentag? Oder haben wir tatsächlich schon Ferien? Ich weiß es nicht. Komm, ich mach hier mal das, äh, das Ding. Aber so ist generell, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es in den anderen Hallen mehr los. Ich meine, ist ja nur die Gaming-Halle hier. Ich werde nachher auf jeden Fall mal, ähm, auf jeden Fall mal rumlaufen und mir angucken, was dazu gibt's. Oh, direkt ein Jagdgebiet hier hinten. Gehen wir nach oben, ich mach das Jagdgebiet hier. Increased Operator Performance. Gratisartikel-Farm, ja. Grabi-Sound ist immer noch in Ordnung. Ich trau dem Setup hier nicht so ganz gerade. Weil das Spiel war gerade eben bei mir auf den Ohren wesentlich lauter. Jetzt hör ich so mittellaut nur. Ich hab immer Schiss. Oh, holy shit. Okay, weißt du, was das bedeutet? Oh, der läuft weg, er hat einen Wecklauf-Kit. Er hat einen Wecklauf-Kit. Der Süße hat einen Wecklauf-Kit. Ich sag schon, wenn ich was möchte. Danke dir. Hier, hinter uns. Hinter uns, hinter uns clean. Multiple Hostile-Prospektors engagiert. Lol. So, nimm du die Kohle. Nimm du die Kohle. Ist okay. Lass mich zum Ablinken. Hier hinten müsste es auf der, ähm, Typ mit dem Wecklauf-Kit ist hierhin weggelaufen. Das Wecklauf-Kit ist ein bisschen komisch, aber liegt an deinem... Ja, das macht Sinn auf jeden Fall. Ich komme, ich komme, ich komme. Wo ist er, wo ist er? Oh, hier oben. Oh mein Gott, was denn? Der ist hier oben, hier oben. Flanken von der Seite. Komm von unten. Bei mir, bei mir, bei mir. Wo ist er wieder hin? Alter, mit dem Scheiß-Wecklauf-Kit wieder. Oh, wir kriegen den vielleicht. Kriegen den vielleicht. Ah, knapp. Scheiße. Oh, ich bin so greedy. Ich will ihn unbedingt haben. Ich höre ihn hier unten. Ich höre ihn hier unten. Da ist er. Scheiße. Ich bin wieder voll im Schild. Nein, fucking hell. Herr Maklo. Komm her. Feite. Oh Gott, verdammt. Okay, komm. Lass mal hier die Power-Up-Station machen. Das bringt nichts. Solange ich noch kein Adrenalin habe und nichts, macht das keinen Sinn. Ach, scheiße. Da ist schon einer. Da sind schon welche. Da sind schon welche. Oh, da hast du gerade eben abgepowert. Ja, das sind gerade drei von drei. Fucking hell. Wir müssen uns holen. Clean. Komm, 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 komm. Oh, clean, 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 clean. Oh, er ist so close. Oh. Haben wir noch nicht abgepowert. Hab ihn. Einer ist down. Der zweite ist hier hinter ihm direkt. Scheiße, was mache ich? Bin ich dumm? Fuck, wo ist er? Oh, Gott sei Dank. Okay. Upsi. Warte mal, hol dir mal die Roger Rogers ab. Und da müssen wir die Station mal... Ach, ist schon hochgefahren. Fucking hell. Aua, aua. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Die Streamerin sitzt hier jetzt links neben mir in der Booth. Okay, los geht's. Aua. So, was mach mal. Hier den Vierer, oder? A little bit of tinkering can do wonders. Let's go. Cleany boy. Auf, entspannen. Auf, entspannen. Auf, entspannen. Wo laufe ich hin, ey? Alter, wir haben noch keinen einzigen Stern. Würdest du mich eigentlich verarschen? Unfassbar. Hoch mit dir, hoch mit dir. So. Zack. 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 Scheiße. Das ist schon welche oben. Das ist schon wieder... Das sind welche oben clean. Macht diesen scheiß Shop zu. Oh, hier ist auch noch ein Seel. Come on, over here. The fuck, warum hab ich das die ganze Zeit nicht gesehen? Okay. Okay, Seel holen. Und dann diejenigen, die das Vierergebiet gemacht haben, einfach mal snacken. Oh, da unten. Willst du haben? Willst du haben? Nimm du. Mal hier den Zweier und dann da oben das nächste Seel, würde ich sagen. Erstmal das Seel, dann den Zweier. Seel mit 60 Hertz, mein Kopf ist weg. Bäm, bäm, bäm. Holy shit. Der Typ rechts neben mir beschwert sich, dass die Monitore nur 60 Hertz haben. Aber das ist tatsächlich so. Wenn man 120 oder 144 gewohnt ist, und auf dem 60er spielt, dann kommt es einem richtig rucklig vor. No. Okay. Okay, ab da hin. So. Zweites Ziel, ich hole Schüsse da hinten. Hier hinten, komm, 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 komm. Sie ballern da bei der Power-Up-Station. Clean. Was machst du? Clean, komm her. Clean. Clean. Clean, 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 clean. Hier. Hier, hier, hier. Bei mir, vor mir, vor mir, vor mir. Ich engage. Enjoy, engage, nicht. Holy shit. Hol ihn von hinten, bitte. Er kommt zu mir, er kommt zu mir. Ich kann ihn einfach eigentlich anchargen, Mann. Oh, danke dir, Alter. Er ist nach hier hinten weg. Hier, hier, hinter dir, hinter dir. Oh, scheiße, von hinten. Von hinten sein Mate. Alles gut, er hat sich geboortet. Hebt mich auf, hebt mich auf. Hebt mich auf. Oder hol ihn dir, hol ihn dir. Alter, Rostik. Alles gut. Zehn Sekunden. Fight, fight, fight. Hebt mich auf. Er kommt von rechts, er kommt von rechts. Oh mein Gott, was ist los? Wo bin ich hängen geblieben? Holy shit. Oh, das gibt's noch nicht. Hol die den anderen. Den anderen, der hinter ihm steht. Hol ihn dir erstmal. Clean, hol ihn dir. Hol ihn dir. Hol ihn dir. Bisschen höher zählen. Wie wenn er voll heult. Ja, er ist relativ laut. Okay, beide geboortet. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott, er steht hier immer noch vor mir. Willst du mich eigentlich verarschen? Okay. Alter, nimm du die Kohle. Oh. Oh mein Gott. Okay. Das war sehr sloppy. Oh ja, ja, stimmt. Sie ist schnappen. Wo ist das zweite? Wo soll ich das zweite fallen lassen? Ach, da, hier hinten. Ups. Was streamt der? Oh, watch. Was streamt der? Hier. Ach, so laut bin ich auch ungefähr, wenn ich da zocke, ey. Oh, this here was only in the extended level. Was gibt's da? Spieler? What? Hast du jemanden gesehen? Oder willst du das rote Sie schon haben? Sollen wir das rote Sie hier holen? Okay. Ich guck mal, wer das ist. Okay, mach das. Where is the red seal? Where? 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 Ah, hier oben. Im Tower drin. Where is the red seal? Okay, hier hin. Irgendwann haben wir es zum zweiten Platz vorgearbeitet. Shit. Ab nach oben. Ich höre, glaube ich, Schüsse, aber ich kann's nicht wirklich sagen, weil das scheiß Spiel so leise ist. Hier drin nicht? Müssen ja außen irgendwo sein. Alter. Keine Ahnung, Mann. Wo sind die Viecher? Hier außen? Draußen vielleicht? Hier rechts um die Ecke? Ah, hier. Geradeaus, geradeaus, geradeaus bei mir. Warte mal, war das das letzte? Nee, ach, hier ist der Rest, hier ist der Rest. Hi Dream, was geht, mein Du-Hut? Bist du gut in den Start getagt? Ich hoffe doch mal. Hier den Dreier direkt? Ja, ne? Können auch mal so ein 200er hier mitnehmen, nur für den Fall der Fälle. Ist Erfurt weit weg? Ja, du, äh, ultra weit weg. Ich bin heute um... halb fünf aufgestanden. Halb fünf aufgestanden, um fünf musste ich raus. Und dann, ja, war ich um halb zehn hier. Ungefähr. Und ich habe sehr wenig geschlafen. Bei mir ist alles super, dude. Ich bin hier in Erfurt auf der Mac. Darf ich die Kollegen von Jäger ein bisschen streamen hier. Zwei, drei, zwei Stündchen? Zwei, drei, drei, drei? Vielleicht auch drei? Nein, zwei. Nach der Runde hier mache ich Feierabend, da wird noch ein bisschen gequatscht. Ähm, werde ich noch ein paar... Das nennt ich Einsatz, dank dir. Geradeaus. Ich komme von links. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ah, da hinten. Natürlich Weglaufpack, natürlich. Hier? Er ist jetzt hier hoch? Weglaufpacks! Sind am Start. Komm, 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 komm. Lauf, Alter! Er bleibt stehen. Er ist ein Fehler. Er geht nach rechts weg. Bin vor ihm. Scheiße! Oh mein Gott! Barriere. Er ist vor mir. Ah, easy peasy! Einfach peinfach Zitronen aufs Rücken, Alter. Oh, ähm, was wollen wir? Was wollen wir machen? Zweier noch da hinten. Hier hinten ist Ziel vielleicht. Zweier Power-Up-Station. Aua. Junge. Komm, nehmen wir den Zweier noch hier. Aua. Bist du sie fallen lassen? Nein. Ein Team, zwei, drei Teams leben noch außer uns. Ja, der 400er bringt uns jetzt nicht viel. Check me out. Können rein theoretisch den Zweier machen. Zack. Come on, zack. Können den Zweier machen und noch probieren, ob wir den, äh, den großen Boss kriegen. Bekommt man das Ziel? Droppen wir jetzt eigentlich besser mit? Äh, nö. Überhaupt nicht. Okay. Wie viel Viewer hat der, Grabi? Ah, da unten sind sie. Da unten sind sie, die Viecher. Go, 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 go. Okay, die, guck mal hier. Wir holen uns die Spieler und dann holen wir uns den Alpha. One Alpha ist am Start. La, 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 la. Ja, komm, Moppet dahin. Ja, so. Ist doch, äh, respektabel. Ist doch respektabel. Ich bin der allergrößte Noob, der hier, der hier ist, Alter. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich weiß noch nicht mal, wie viel aktuell gerade zuschauen bei mir, weil ich hab jetzt nur noch das Chatfenster ausgeploppt. Juhu. Juhu. Alter, 10? Ich mach mal fertig fürs Krankenhaus. Okay, grüß den Mark. So, wo sind die Kollegen? Okay, die sind hier oben. Könnt ihr gleich zünden und loslegen. Ich zünde. Hab ihn, hab ihn. Easy. Hier ist noch einer, hier ist noch einer. Hier, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Scheiß, Alter. Weg, weg, weg. Chase, 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 chase. Er ist hier unten. Oh, fast getroffen. Jawohl, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Okay. Er muss supporten. Den anderen haben wir getötet. Ich glaub, ich hab mein Seel fallen lassen, gell? Ähm, pass auf. Mach du, fang schon mal den, äh, Warden Alpha an. Ich helfe dir gleich sofort. Lass uns den auf jeden Fall noch mitnehmen. Leider. Oder wirst du beschossen? Komm, fuchs, komm, fuchs. Zack, 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 komm, 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 komm. Alter, zehn Zuschauer. So viel hab ich aber normalerweise auch nie. Oh, oh, clean. Hau ab, hau ab. Wenn jetzt ein Spieler kommt. Scheiße. Wenn jetzt ein Spieler kommt. Ich muss mit, ich muss mit meinem Seel raus. Clean, wo bist du? Oh mein Gott, er überlebt sich. Alter. Alter, ich kann dir hier nicht helfen. Ich kann dir hier nicht helfen. Ist er tot? Clean, bist du tot? Clean ist tot. Ich brauch das rote Seel. Scheiße, ich werd beschossen. Okay, ich muss erstmal hier raus. Fuck, 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 fuck. Dann zu gierig. Ja, ja, wir waren viel zu gierig. Ich will auf jeden Fall das rote Seel noch mit rausnehmen. Dann kommen wir definitiv als erstes raus. Okay. Oh. Wo ist es? Ist hier unten irgendwo. Spieler. Spieler. Er will raus. Er will raus. Er will raus. Ist okay. Das lass ich ihm. Vorsicht, Osek. Fuck. Ich hab's fallen lassen. Oh mein Gott. Ich hab's schon wieder fallen lassen. Scheiße. Lauf, Osek. Bin ich rausgekommen? Ja! Mit Seel. Fuck yeah. Also nicht der erfolgreichste Tag, aber besser als nichts, oder? Besser als nichts. So, ähm, ich hau mal schnell die Inka an, ob ich jetzt gleich runter muss, aber ich glaub ja. Ich glaub ja, ich glaub ja. Alles gut, ich will... Oh, fuck, wie viele Messages ich hier habe. Ich will jetzt hier nicht den Bogen überspannen. Das heißt, ich werde jetzt noch ein paar Waffenskins in die Kamera halten. Win is win. Richtig, win is win. Ich werde jetzt noch ein paar Waffenskins in die Kamera halten, die könnt ihr dann gerne abgreifen noch, ähm, und, ja, die letzten Viertelstunde, würde ich sagen, Quatsch auch noch ein bisschen, wa? Nur mache Uno. Uh, 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 uh. Ups. So, ab und damit. Ach, Leute, Leute, Leute. Auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Ich werde mal heute so ein bisschen rumlaufen, mich mit den Kollegen unterhalten hier vom Cycle-Team. Die sehen alle aus, so ein bisschen, auch was in Grün dabei. Leider nur der, äh, der Rote. Hey, Resortainment. Hi. Nein, leider nur Rot. Es gibt... Gibt es überhaupt grüne Skins? Ich glaube nicht. Aktuell nicht. Aber werde ich mal vorschlagen, meine Kollegen. Hier ist der Zweite. Komm, einer geht noch, oder? Einer geht noch. Kaboom, Baby. Da ist auch mal ein Giveaway, ne? Ganz ehrlich, ich hätte jetzt noch ein Mubot-Giveaway vorbereiten können, aber das ist immer alles viel zu aufwendig. Wenn ich hier schon die ganzen Kärtchen habe, ähm, dann machen wir es doch einfach auf dem guten alten Weg, ne? Habe ich schon fünfmal den selben Scan, aber die sind so, fuck you. Niemals im Leben, Mann. Lass den anderen auch was. Ich will pinke Skins, alles pink, die ganze Welt pink. Okay, Kauzi. Ich werde es vorschlagen. Ich werde es vorschlagen. Ich will, ich will einen richtig geilen, matt-schwarzen Skin haben, obwohl der, ähm, der Alpha-Skin sieht schon relativ gut aus. Hab das Game leider nicht offen. Kannst du auch beim Epic Game Store einfach einlösen. Brauchst nicht darüber. Jungens, danke, dass ihr heute dabei gewesen seid. Alter, ich fasse es immer noch nicht. Danke an Jäger, dass sie mir das überhaupt hier ermöglicht haben. Ähm, megamäßig. Megamäßig. Danke an Inka. Danke an alle, die heute dabei gewesen sind. Danke, Kauzi. Danke, Dream. Danke, Lars. Ähm, danke, Gravi. Hol die Devs doch einfach mal ran, dann machen wir das klar. Die sind hinten beschäftigt. Ich muss gleich meinen, ich muss gleich meinen Posten räumen. Bist du auch ein cooler Dude. Dank dir, Dream. Du war auch. Du war auch. Ja klar, Alter, clean. Clean. Ich hätte dich fast vergessen. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich habe einen Clean heute aufgeräumt. Der war heute mein Bodyguard, Mann. Er war heute mein Bodyguard. Ich wünsche euch was. Ähm, habt noch einen schönen Freitag. Wir sehen uns zum ganz regulären Stream wieder. Und zwar morgen. Morgen bei mir zu Hause. Denk als Autogramm. Ich denk dran. Speak Kid Guy. Haut rein, Jungs. War mir ein inneres Blumenpflücken. Wie gesagt, danke nochmal an Jäger. Ladet das Spiel runter. Macht Bock. Ähm, ja. Alter, was gibt's noch zu sagen? Nichts mehr. Bis dann. Ciao. Geil, Mann. Einfach nur geil. Ja, morgen. 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 Ich weiß noch nicht wann. Werde ich ankündigen. Mal gucken. Bis dann.